Greekvape Ägäis Boost Pro Das Ägäis typische, robuste und moderne Design mit der ausgeklügelten ökonomischen Form hat sich der Boost Pro von den anderen Mitgliedern abgeschaut. Zudem ist auch der Boost Pro wieder IP67 zertifiziert und somit spritzwassergeschützt, bruchsicher und stoßfest. Neu sind mehr Leistung, mehr Tankvolumen, mehr Dampfmodi in einem neuen User-Interface sowie eine überarbeitete Airflow-Control und noch mehr Flexibilität. Dem Boost Pro hat Greekvape zudem ein Leistungs-Upgrade gegönnt. Sie leistet nun bis zu 100 Watt und bietet neben dem klassischen Watt-Modus auch eine Temperatursteuerung an. Sogar eine Curve-Funktion ist mit an Bord, mittels der man eigene Wattkurven definieren kann. Die Power holt sich der Boost Pro von einem wechselbaren 18650er Akku. Aufgeladen wird die Boost Pro nun über einen modernen und schnellen USB-Anschluss. Das große 0,69 Farbdisplay zeigt alle Informationen gut lesbar an. Die Bedienung mittels der Power-Taste sowie beiden Einstelltasten erfolgt intuitiv. Für Spielspaß sorgt eine Farbauswahl des Displays, die man individuell einstellen kann. Zahlreiche Schutzschaltungen sorgen bei dem Boost Pro für ein sicheres Dampferlebnis.